Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leute, ihr seht schon, heute haben wir mal was ganz, ganz, ganz Spezielles bei euch am Start, Leute. Denn wir machen heute Props and Robbers in Fortnite. Wie das Ganze funktioniert, werdet ihr gleich wahrscheinlich sehen im Erklärungspart, wenn einer kommt. Ich hab's gestern wieder vergessen, ich weiß, mobbt mich dafür bitte nicht. Aber auf jeden Fall haben wir heute unseren Räuberteampartner. Oh, du meinst, was geht, Bruder? Dann ist noch mit dabei, Andrewsley. Guten Tag, mein Lieben, hallo. Und ihr seht im selben Sheriff-Dingham-Scopter-Skin MBK. Ich sorge hier für Ruhe und Ordnung. Okay, Bruder, ich wusste nicht, dass du Synchronspecher geworden bist. Sorry, dass sich Leute verkaufen. Aber gut, Leute, würde ich sagen, ihr wisst auf jeden Fall, am 1. Januar kommt 30 Minuten, weil das wird eine geile Folge. Nicht wundern, wenn ich gerade richtig kaputt aussehe. Ich bin heute fünf Stunden mit meiner Katze und meinem Hund nach Köln gefahren, weil, ja, war auf jeden Fall eine lange Fahrt. Und übrigens, wir haben gerade schon wieder Viertel nach zwölf. Also, nachts. Und somit willkommen, Leute, zu Props in Robbers. Das Ganze funktioniert eigentlich wie fast alles. Ziemlich einfach. Denn wir haben hier einfach eine riesige Mega-Mall, Leute. Und in dieser Mega-Mall sind natürlich viele Läden drin. Und in jedem Laden ist halt immer ein Juwel drin. Manche haben halt keinen. Manche haben halt eben ein Juwelversteck irgendwo hinter der Theke oder so was. Und dann gibt es einmal die Kaufhaus-Cops, die halt eben diese Juwelen beschützen müssen. Und halt eben die Räuber, die diese Juwelen klauen müssen aus den Läden. Und das in Form von Props, damit sie halt eben nicht so schnell entdeckt werden. Diese Juwelen können sie dann eben entweder zu Truck A oder zu Truck B bringen. Und dann müssen wir uns einfach sozusagen battlen. Diesmal haben wir das Ganze so gemacht, dass Oduban und ich Double A gegen Andri und MBK spielen. Wer das Ganze gewonnen hat, Leute, und wer mehr Punkte als der andere gemacht hat, das werdet ihr jetzt sehen. Viel Spaß mit dem Video, Leute. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Weil ich habe echt gesehen, viele haben es noch nicht gemacht. Und wäre einfach korrekt, Leute. Ich küsse eure Augen, Habibis. Hadeck. Damit würde ich auch sagen, Leute, starten wir jetzt mit der Runde. Oduban, wo bist du, Habibi? Habibi, ich komm zu dir. Okay, Brot, ich bin auf den Dächern von den Parkhaust, Digga. Ich komm runter. So, Habibi, wir haben unser Auto geparkt. Auf geht's. Digga, wir müssen alles spielen, Digga. Ich schwör, danach, wir kaufen uns ein bisschen Beauty-Zeig, ein bisschen Nägel. Und ich kaufe dir eigentlich einen Dickensstock, damit ich den in deinen Po ran kann. Ja! Du, ich wugel. Genau, wir sehen schon, Leute, wir haben hier einen Truck, da müssen wir reinbringen. Wir haben aber noch einen anderen auf der anderen Seite der Map. Die Sache ist, Bruder, die Mall hat jetzt auf. Wir können jetzt reingehen. Frage ist, nur wo chillen die Cops? Das ist die Frage, Digga. Okay, Digga, wir sehen schon, Leute, A und B sind markiert. Dann müssen wir gleich hingehen und die Juwelen holen. Oder ne, die Juwelen sind auf der Minimap markiert. Katta macht die Facecam-Wahn, das sind da drunter oder links oder so. Ich glaub, wir müssen uns sogar splitten, ne? Ja, und wir haben nur vier Minuten Zeit, Bruder. Ey, wir müssen aufpassen. Ey, einer ist oben, einer ist unten. Oh, Mann. Er hat mich gesehen. Ich bin nicht hier, hallo. Ey, ich bin da. Oder wo sind die Juwelen, ist die Frage. Müssen wir in die Läden reingehen? Glaube ja, Bruder. Ja, wir müssen von den Läden müssen wir... Nein, 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 nein. Nein, andere, geh weg. Wo sind die Juwelen? Ach so, sorry, Digga. Oh mein Gott. Geht, transform sich. Oder man, hoch, 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 renn, 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 renn. Ich bin oben. Nein, ich bin oben. Es hat mir Juwelen, es hat mir Juwelen. Holt, 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 Bruder. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wir müssen mehr Juwelen klaren als die in der nächsten Runde, Leute. Das ist natürlich auch sehr wichtig zu beachten. Heißt, wir legen jetzt sozusagen vorne und im Endeffekt können die dann eben nachholen. Bruder, die sind bei mir. Mach einfach. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Okay, Bruder. Leute, plant Nummer 53. Ach, Mann, mach. Die sind hinter dir her. Mach irgendwas. Die treffen mich nicht. Digga. Mann, du bist viel zu klein. Hey, wo ist Auto, Mann? Da, da, da. Ja, die sind hinter mir her. Die sind hinter mir her. Komm, komm, komm. Das ist gut, Bruder. Das ist gut. Das ist gut. Das passt. Das passt. Das passt. Okay, Leute. Wir müssen kurz gucken. Okay. Ach, Mann, schnell. Digga, die waren beide. Rennen, 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 rennen. Komm, 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 komm. Ich weiß nicht, wo die sind. Der muss her. Oder? Okay, okay. Ist hier was? Ist hier was? Nice. Ich hab eins. Komm, 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 Bruder. Auf geht's. Wir müssen uns irgendwo wieder treffen. Hey, komm ich raus, Junge. Wir haben noch zwei Minuten. Warte, äh, hallo. Wo bist du, Habibi? FBI, offen ab. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Gib mir, André. Nee, nee, nee. Oh, bitte. Er ist ohne, mein Kleinen. Oh, der Mann, hilft mir irgendwie. Ich, komm, Bruder. Ich komm, ich komm, ich komm. Komm, zu mir, komm, zu mir, komm, zu mir. Ich komm, ich komm, ich komm. Okay, oh mein Gott, ich hab 30 HP. Leute, Leute, ich bin ein One-Hit. Ich bin ein One-Hit. Nein, bitte, André. Was ist der? Er ist in Toilettenrolle, Mann. Der Geistere Eichel ist ohne, Mann. Er ist in Toilettenrolle. Ach, komm. Ach, wer hilft mir? Let's go. 100 Punkte, Freunde. Wir haben einen einzigen Juwel schon mal abgeliefert. Hast du auch einen? Ja, ich hab auch einen. Komm, ich block dich. Nice. Okay, Leute, 200 Punkte. Das ist schon mal gut. Wir haben noch genug Zeit. Wir müssen doch mal machen. Wir checken, dass es niemals gibt, Meif. Wir checken das echt nicht, Digga. Siehst du sie? Ja. Ja, ich, 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 ich. Ich auch. André, ich hab einen Puls gehört, André. Das war ich. Das war André. Wie ist die Lage? Die Lage sieht... Nein! Die Lage sieht gar nicht gut aus, Bruder. Nein, wir auch nicht, Digga. Nein, wir sind nicht so gut. Bruder, die sind unnormal gut, Digga. Aber wir haben es zweimal geschafft. Das schaffen die bei uns nie im Leben. Niemals. Niemals. Und ich hab noch einen. Ach mit, ich hab noch einen. Also alles easy. Okay, komm. Und wir haben 50 Sekunden. Wer hält dich? 50 Sekunden. Okay, Leute, will ich nicht beschaffen, was? Ich bin... Wasch hoch, wasch hoch. Komm, komm, komm. Fuck, Digga. Nice. Ich hab noch 40 Sekunden, um den abzuliefern. Digga, man hat eine Spawnzeit von 30 Sekunden, wenn man spielt. Oder, Mann, wir treffen uns nicht bei A. Okay. Gut zu wissen. Vielleicht schaff ich noch einen, Bruder. Vielleicht schaff ich noch einen. Ich hab einen, Digga. 20 Sekunden noch. Komm, mit dem Pfeil hinterher, Leute. Komm, 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 komm. Ich hab noch einen. Auf den Wolken hinterher. Eine Legende auf der Spur. Leute, 400 Punkte. Wir haben es viermal geschafft, die Juwelen abzuliefern. Ich glaub, die Zeit... Ja, die ist jetzt auch vorbei. Oder, Mann, pack's nicht mehr noch, ein Juwelen zu holen. Doch, doch. Nein, ich hab noch eins. Ich hab noch eins. Nein, ich hab noch eins. Nein, ich hab noch eins. Bekannt. Waren fast fünf. Aber, Leute, wir haben 400 Punkte, heißt 200 pro Person. Mal gucken, wie MBK und Andrizzle, die sich jetzt das tun. Ihr seht auch schon, Leute... Okay, ihr seid jetzt ein bisschen... Wie jetzt seht ihr es. Wir chillen hier hinten in unseren Dingens, Knastzelle und so weiter. Haben hier unser Waffenlager. Und können uns jetzt mit den 1000 Münzen, die wir unten rechts haben, jetzt Waffen kaufen. Digga, ich sag dir, ich glaub, das Schlauste hier... Ist wirklich auf jeden Fall eine von... Etwas, was man spammen kann, Digga. Minigun safe. Wir haben keine Zeit, es gibt mich. Ich nimm... Ich... Ich nimm Ska. Ja. Und... Ich hab noch 600, 600, 600, 600, 600. Grappler. Ich hab alles aufgebraucht. Ich hab noch 100 Punkte. Ich hab Kommelgewehr und ich nimm... Wie viel hast du noch? Äh, 200. Warte, hier, nimm. Ich kann sie dir nicht geben, scheiße. Nein, scheiße. Egal, Bruder, komm, halt, wir müssen nur laufen. Die Maul hat schon aufgemacht, Digga. Leute, die Maul ist offen, die Leute kommen jetzt schon irgendwo rein. Wahrscheinlich haben die schon 5 Juwelen geklaut, wir haben uns gar nicht gecheckt. Und... Ey, die sind hier irgendwo. Wo? Oben, oben, oben. Ich hab oben Statsch gehört. Wir sehen nichts. Leute, die Lage ist gerade clear. Wir haben jetzt zwei nicht die passenden Skins für diese Seite, aber ist egal. Tut einfach so, als hätten wir Polizeiskinn. André, ich hab schon mal einen. Gib ihm. Laba. Wir haben einen? Warte, wir müssen gucken, Digga. Wo, wo, wo kann man hier Ding ins? Wo sind diese Trucks? Ey, ich krieg hier Damage. Oh, krieg ich Damage. Ähm, hallo? Wenn man draußen ist, kriegt man Damage. Er kann mich aber von drin töten. Wow. Eww. Ja, Digga, die Gap ist komplett OP, Digga. Okay, wir können das down, oder man? Ah, André ist auch down, Bruder. Ey, warte mal, die Jungs haben schon 10 Punkte, äh, 100 Punkte. Was? Wir müssen dick aufpassen. Ey, ey, ey. Okay, wir müssen echt aufpassen, Digga. Wir sind noch 3 Minuten. Ich seh ihn, oder man? Und raus mit dir. Er ist das größte Ding, was... Nein, du musst ihn killen, Bruder, damit wir den anderen verfolgen können. Stimmt. Komm, lass uns die Läden beobachten, oder man, komm nach oben, scheiß drauf. Ich hab einen, ich hab einen, ich hab einen, ich hab einen. Ey, da, da, da rennt einer weg mit dem Juwel, Bruder. Wo? Oben, ich komm nach oben, die Vogel. Wo bist du? Ja, Digga, der ist schon über alle Himalajas, Alter. Nee, 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 er ist noch hier, er ist noch hier. Ist hier. Er ist wirklich hier. Ihr wollt meinen Schatz, den könnt ihr haben. Ey, unten ist noch einer. Wo? Hier, hier, ich seh ihn. Wo, 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 wo. Ich seh ihn. André, lauf bitte. Lauf, ich lauf. Wo ist der? Nein. Ich hab ihn, ja, ich hab dich gewählt. Okay, Odomann, komm her. Protect ihn, protect ihn. Ja, ja, ja. Du hast das Juwel, okay, Bruder? Ich checke oben die Lage. Ich hab's, ich hab's. Ey, unter der Treppe ist, glaube ich, Mann. Alles gut, wir haben das. Ich checke jetzt hier die Lage, Bruder. André, ich hab noch einen. Ja, ja. Gib ihm, gib ihm. Nein, nein, nein. Der hat noch einen. Wo hat der noch einen? Der hat die André, ich tötet, hab ich noch einen geholt. Haben die nicht. Der blufft. Und 200. Er hat nicht geblufft. Er hat echt, das hier blufft. Egal, komm, 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 wir carry'n das noch. Wir haben noch knapp zwei Minuten, Digga, komm. Und das Juwel ist despawn, Hadiyallah. Okay. Wir müssen jetzt drei Juwelen holen, damit wir das Ganze noch gewinnen können. Ja, mit. Aber zwei Juwelen müssten reichen für einen Ausgleich und das wollen wir nicht haben. Da hinten, gib mir da irgendwo. Wo, Bruder, wo? Wo? Aufpassen, komm. Wir sind die Kaufhaus-Cops mit Räuberanzüge. Und Masken. Wir sind getarnt, Bruder. Damit Räuber nicht checken. Da hinten, irgendwo. Wo? Die haben Juwelen genommen. André, wie schaut's aus? Ey, hier ist einer. Ja, komm. Hier war grad jemand. Kommst du, ich lauf da. Ja. Wo ist der hin? Nein, er läuft schon, er läuft schon. Nein. Komm her. Nein. Ey, ich wollte so tun, als ob ich ihn nicht sehe, Digga. Aber er läuft so froh, Digga. Aber ey, Mirkorn. Mirkorn, ey, Achmed, komm zurück, Mirkorn. Wo ist der? Digga, André, danach noch einen, dann haben wir einen Ausgleich. Komm. Nein. Nein. Warte, Bruder, wir haben was. Habt ihr Eingänge. Bruder, warte mal. Wo ist Mirkorn? Hier oben. Ähm, Bruder. Egal, Mirkorn liefert das. Nein. Ich hab schon abgeliefert. Ah, 300 Punkte, Leute. Aber die schaffen das, ich bin 20 Sekunden, noch einen abzuliefern. Okay, Leute. Oben ist der Countdown. Die letzten 10 Sekunden. Oh. Ey, the second Dirtburger. Ich hab's gesehen, Dirtburger. Hier. Einer läuft, Digga, lauf. Ja. Wo ist der? Nein. Nein. Wir haben gewonnen. Ja. Nein. Warum schon deine Niederlage? Nein, wir haben keine Niederlage. Wir haben gewonnen, Leute. Ja. Wir haben gewonnen. Hört auf zu lügen. Haben wir? Nein, wir haben nicht zu. Du verwirrt doch nicht, Junge. Ihr verwirrt mich. Wir haben geworst, Alter. Ja, nee, Digga, wir haben gewonnen. Da stand Sieg und wir haben gewonnen. Fertig. Ey, wir haben aber mehr Punkte an ihr. Digga, ich werde das nicht mit euch diskutieren. Haut mal ab, Digga. Wir haben gewonnen. Fertig. Nee, 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 nee. Nein, nee, dann entscheid eine Runde jetzt, Digga, oder gar nicht. Pech gehabt. Ey, Jungs, ey, ich will, wir haben halb eins, Digga. Es ist Mitternacht. Ich habe keinen Bock mehr. Ach, man, wenn wir dich schon einmal besiegt haben. Aber, aber, aber wir sind Räuber. So, weil die beiden so sehr drauf bestehen, würde ich sagen, machen wir nochmal eine Runde, Leute, wo wir die anderen ausräumen werden. Heißt, wir machen heute mal ein bisschen auf brutale Weise. Oh, du bist bereit. Was lachst du so? Scheiße, ich wusste gerade was lachen. Warum? Nein, es war alles gut. Scheiße, okay. Ich komme hier nicht weiter, Leute. Heißt, ich muss improvisieren. Amenoro, willst du mich fahr? Ach, weil ich carry dich jetzt, Bruder, okay? Ja, carry mich. Hallo, André. Kannst du deinen Zivier bitte überklicken? Ey, ey. Okay, die machen doch ein bisschen ernster. Aber, Leute, um die jetzt mal zu übertreffen, müssen wir nochmal 300 Punkte schaffen. Heißt, kann schwer werden, vor allem nicht, wo alle eingespielt sind. Was laberst du? Meinst du das echt, Kidmeave? Guck mal, unsere Punktzahl. Digga, was? Hä? It's Odoman-Time, baby. Touché. Touché. Ach, Mann, ich habe einen Trick herausgefunden. Komm her. Was denn? Wir können so cheaten. Komm zu mir. Laber nicht. Ich seh's. Er hat einen Weggefunden. Ja, Dig, ich habe einen Garten versteckt, Digga. André, was sind die? Die Sache ist, die laufe auch die ganze Zeit nur eine Mitte rum, ne? Das sind solche Vögel. Jungs, hier schummelt, Digga. Kidmeave, wir haben 200 Punkte. Ey, warte mal, warte mal. Ich freu die, aber sind die auf dem Dach? Leute, ihr müsst auch mal auf den Text achten, ne? Wenn wir irgendwas klauen, steht es da auch ganz groß, Fett in der Mitte. Warum gibt's denn Tipps? Ich such euch dann doch. Wir haben zwei... Wir haben... ...200 Punkte, Leute. Oh. Oh, oh. Oh mein Gott. Add low, add low. Nein. Komm. Komm her, mein Lede. Wo ist der? Erste eine Ecke. Gib ihm. Nein. 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 Digga, das ist doch möglich. Leute, ich werde mir das wiederholen. Auf jeden Fall. Wo ist Autobahn? Okay, ich habe einen Plan. Was war es? Boah, damit falle ich gar nicht auf. Safe nicht. Ich werde mich damit nie im Leben sehen. Wir sind auch nicht, wo ich bin. Okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Bödie, schwer läuft da jetzt rief ein Ding über die Trippel. Kidmeave, soll ich noch warten, bevor ich den Flug reinmache? Mach ruhig, Bruder. Mach ruhig alle Punkte. Alles gut, alles gut, Digger. Wo ist er? Er ist eine richtige Form, die auch ein echtes Stück Scheiße. Okay, gib mir schon mal 300 Punkte easy. Hä? Bruder, komm mal raus. Ach, Digger. Also Leute, 300 Punkte haben wir schon mal. Brauchen wir nur noch 100, um zu zeigen, dass wir auch besser sind. Dieses Mal hat Odom alle Punkte gemacht, also bin ich nicht so zufrieden damit. Jungs, könnt ihr aufhören. Odomann, hör auf mich an zu pissen, wenn ich gerade am Laufen bin. Ich finde, das ist schon lustig. Uuuuh, ein Dürrberger-Jubie wurde geklaut. Wegen Odomann, ist dauernd. Komm, gib mir, komm. Ich bin der Knall in der Pomme. Oh. Ist auch eine Pomme, Bruder. Ey, ich will diese Pomme so op. Ich bin der Mayo. Ich bin der Mayo. Junge, was? Digga. Komm, bitte. Leute, wir haben noch eine Minute Zeit bekommen. Das schaffen wir easy, Digga. Ich mache hier Fristikst du alles, Bruder. Ich dodge so wie ein Ding als Ninja Turm. Ey. Junge, was? Ich hole Damage, ich hole mich nicht. Ich bin tot. Oh, oh. Geh weg. Ich hoffe hinterher. Ich hole jetzt. Geh weg. Bitte kill ihn meckern. Er ist um die Ecke. Ich sehe ich. Oh mein Gott. Ich bin lowlife. Dein Ernst, Bruder? Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Leute, in den letzten 60 Sekunden geben wir noch mal ganz kurz die Pommes ab. Und Leute, damit haben wir 100 Punkte mehr. Ich würde sagen, brauchen wir noch weitermachen? Bruder, ich bringe die auch. Bruder, wir haben noch 30 Sekunden Zeit. Ich würde sagen, Bruder, ich gehe auf voll YOLO, Digga. Ich gehe einfach so. Was geht, Jungs? Junge, was für ein AIM? Andere, Leute, ich fühle mich gerade so, als würde ich gegen Bots spielen. Ich schwöre. Nein, guck mal her. Hey, was laberst du? Man kann nicht gegen Bots heal, Digga. Guck mal, man kann dich nicht abschießen. Er sagt, was für gegen Bots heal, Digga. Stell dich vor mich und triff keinen Schuss. Ich bin kein Bär. Aber ich würde sagen, 3, 2, 1. Die Zeit ist vorbei, Leute. Das Video auch. Ciao. Wir haben gewonnen. Ihr seid scheiße, Merkern und Andere. Bis zum nächsten Mal.